Hallo liebe Abonnenten, heute würde ich gerne euch zu präsentieren häufigste deutsche Zeitformen. Das werde ich machen mit Beispielsätzen und diese Beispielsätze werde ich auf Armenisch übersetzen, weil ich auch armenische Abonnenten habe, die wollen Beispielsätze mit Übersetzung. Also los geht's. Ich habe das Verb lesen genommen und für dritte Person diesen Verb habe ich konjugiert. Für dritte Person in Präsent lesen wird List. Präsent. Beispielsatz wird, der Schule lesst ein Buch. Der Schule hat ein Buch. Das ist der Schule. Der Schule wird ein Buch lesen. Das Buch wird, der Schule lesen. Das Buch wird, der Schule lesen. Der Schule wird, der Schule lesen. Passiv Vergangenheit. Und letzte Zeitform ist Konjunktiv 2. Konjunktiv 2 Gegenwart. Der Schüler würde gern ein Buch lesen. Das ist Gegenwart und das ist ein Wünsch. Und Konjunktiv zwei Vergangenheit wird. Der Schüler hätte ein Buch gelesen. Das ist ein Wünsch, welche passiert in Vergangenheit. In Vergangenheit, Schüler hätte ein Buch gelesen. Mit Umlaut. Also, wurde mit Umlaut äußert Konjunktiv 2. Wünsch. Und wurde ohne Umlaut. Das ist Passiv Vergangenheit. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich werde jeden Tag ein Verb präsentieren mit solchen Beispielsätzen. Wenn es interessiert euch, bitte folgen mir. Und bitte liken Sie meine Videos. Abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Und jeden Tag werden wir uns treffen. Dankeschön und Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank.